Ja, der Frühling ist da und die Bienchen sind natürlich schon wieder fleißig am rumschwirren. Und hier seht ihr mal einen kleinen Blick in mein Insektenhotel, ein mehr oder weniger zufälliges Insektenhotel, weil ich einfach die Steine da hatte und gesehen habe, dass die Bienen da so gerne reinbauen, habe ich sie einfach hier schön in die Sonne gestellt und es ist ein reges Treiben. Ja, hier sieht man die Mauerbienen, also Wildbienen, die hier in diese Backsteine ihre Brut reinlegen. Die kommen jetzt schon einige Jahre bzw. habe ich die Backsteine sonst hinter dieser Bretterwand bzw. in der Halle stehen gehabt. Da sind die dann da unten durchgeflogen und haben sogar reingebrütet. Und seitdem ich die jetzt hier in die Sonne gestellt habe, ist hier Regerbetrieb, also wirklich, wird es super angenommen. Und man sieht auch da unten, ist schon ziemlich alles dicht. Also die legen dann ihre Eier mit Pollen in so gut kann man und verschließen die dann mit Lehm. Also der reinste Bienenstock hier. Und durch die Wärme entwickeln sich dann die Larven. Ja, und dann knabbern die sich wieder nach draußen. Ja, außerdem steht noch die Gewinnerbekanntgabe von unserem Gewinnspiel aus und gewonnen hat Kadas BioGarden. Schreib uns einfach eine kurze E-Mail mit deiner Adresse und dann schicken wir dir den Gewinn zu. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank fürs Zuschauen!